1,5 TB für den Lübben 1,5 TB für den Lübben Ja, ich habe 1 TB Und die Aufnahme ist jetzt begonnen Also würde ich gerne die Anmoderation machen Hallo Ja, viel Spaß dabei Hallo, willkommen zu einer Runde Aram Mit einem Liveplay, der gerade ein bisschen aufgeregt ist Und Matthias Steht ja Ja Hoffentlich kommt es besser an als das letzte Video Ja, es geht schon Naja Hab wir ja eh nur einen Abonnenten Hoffentlich wird es eine schnelle Runde Und dann, ja Okay, jetzt können wir einfach wieder weiterreden Wie so der ganze Mann auch Bin wieder da Schön, willkommen in der Aufnahme Ah ja, genau, und dann eher ein Gast haben wir auch da Ja Ja, stell ich mal vor Was? Ja, hallo, ich bin gut Schöp Nicht verstanden Ja War eine schöne kleine Vorstellung Okay Was ist denn Wer nimmt hier jetzt auf? Das mach ich Oh, nice Ich muss jetzt noch 60 Sekunden warten Um euch im Breakdaten zu können Okay Okay Ja, klar, bei der Ladevorgang ist und dann hast du Zeitlimit, wo du dann reinsteuern kannst Mhm Ja, ah, live ist Masi Ja Nice Es liegt daran, was ich mit dem getauscht hab Und wir fangen von der komische Stelle an Oh, ich hab besser Okay, ich hol wie erst das ist die... Ja komm, alles rein, ich sag komm Komm Keine Ahnung Haben halt Pech gehabt Okay, ich bin jetzt fertig Wir können vor Ich spüre eine weitere Rune Aber wo Es wäre so... Ich hoffe, live ist heute wieder super unterwegs mit seinem Yi Gibt's schon Abfahrer mehr, oder? Ich super, ich kann mich aufschlepfen Ja Hört auf ihn so... Hört auf ihn so zu nerven Nein, ich nerve ihn nicht Er ist ein Superspieler Also mit dem Yi kann er das super vorangehen Mhm Kann ich nicht Das ist jetzt falsch, wie mit ihm gespielt eins Jetzt hat er gefeatet eins, hat er fast carried Nein Na, mit so einem schönen Team Das kann man auf jeden Fall spielen Ja Da hast du denn da Es ist gerade ein 2, oder? Da wird er da Wow Ich bin auf die Türme? Ja, gebt's Okay Okay, und dich fängt gleich erst das Blut Ganz super Nein Wir warten gar nicht gleich Ja Naja, auch egal Weißt du was mir fehlt? Einfach mal schnell stehen Weißt du was mir fehlt? Einfach mal schnell stehen Alles klappt Du kannst nicht sein Muss hier glaub ich verrecken, ne? Biss mal wieder Mhm, ja Also ein Aram gehörts Gehörts verrecken dazu In real life. Mach mit auf. Ich laufe mir nicht gerade wirklich genug davon, oder? Doch, an dem. Ja. Let's disarm! Mach mit auf! 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 Ach oh, auch dein Cousin ist dabei, mit der Aufnahme. So. GG. GG. Mach dir nichts zu aus, am Anfang ist ihm mal alles schwer. Ja. Find ich das halt immer... Er ist kalt, wir überleben ein bisschen. Ich halte mich jetzt gerade ziemlich ruhig. Und das ist so 90 Prozent. Ja. Was soll ich dazu sagen? Hm. Haben wir überhalten wir hinaus? Ich lebe. Doch für die Lange. Nein, nicht zum Putzen! Ich will's hier putzen, Alter, aber gut. Haha. Na ja. Na ja. Hallo! Kennen die schon in Westen? Ich will's da für Philadelphia Flicks. Philadelphia Flicks? Nee. Borja Flicks. Cool. Ich konnte gerade nichts machen. Die haben mich irgendwo rumgeleitet. Bla bla bla. Ah ja. Okay, ich hab die eh wieder. Okay, ich stopp mir immer wieder so hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Weg, 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 weg. Oh mein Gott, ich hab nicht einmal irgendwie, dass ich sagen kann, ich kann doch was machen. Ich bin Lola. Ah, ich hab die Ulti. Oh, fuck. Ja, die Ulti. Ich kann sie sowieso hinfahren. Das ist ein Bot, scheinbar der Fädelstick da. Ja. Toll. Mach doch, Thomas. Nein, Totti. Geh, komm, ey. Warte, warte, nicht rein. Einfach Dauerfall, äh, den kennen. Zurück. Genau, auch so. Wahrscheinlich. Du hast mir nichts entgegends gesetzt. Ein bisschen zurückgehen. Zurück, zurück, zurück. Ja. Aber vorsichtig. Ja. Du hast zu mir das Leben. Ja. So kann ich wenigstens was machen noch. Alter, fuck. Wie viel? Ich hab keinen Mana, das ist schlimm. Also ich hab genug Mana, daran liegt's nicht. Alter, wie wir alle fass verrecken. Ja, ich versuch euch zum Heilen, also. Was? Okay, da kommt was. Zurück. Mach ich's grad. Oh nein. Warte ab, ich heile mich mit dem Hohf und an eine Brasse. Oh Scheiße, das haut mir totes Hotel. Oh, das hab ich mir was, nicht? Danke. Aber das war's halt echt. Ich will dich. Ich bin in der Brasse. Was ich bereits gesehen habe, würde Ihren Verstand übersteigen. Ah ja. Kann ich nicht irgendwie... Naja. Man hat ja wohl so viel Leben, also. Die Reisen versuchten. Die Reisen versuchten. Die Patralle kannst du einfach mal rutschig da machen. Wenn ich nicht laufen will. Ah, wir brauchen den Kreisen. Okay. Also diese Hunde wird wohl nicht sehr schön werden. Aber egal. Wir haben doch alle Spaß, oder? Schön nach einer Reihe reinrutschen. Nicht so hastig eigentlich. Ja. Das ist am praktischen. Weil wenn wir denen feeden und feeden, 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 dann ist klar, dass die leveln, leveln, leveln. Ja. 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 Das ist zuvor, weil die in die Leute noch besser zu hacken. Das ist so leicht. Ja. ich habe keine Träne ich möchte dich hallo ich will dich essen die vierte Minute seid ihr? Minute 8 Grad Achtung ok ich bin 2 Minuten ich weiß jetzt nicht ob das schlau ist was ich gleich machen werde aber naja ich denke mal mit dem Zift vielleicht will ich das jetzt richtig schlau sein vielleicht will ich das jetzt richtig schlau sein kleines Arsch ja klar klar ja klar klar warum habe ich alles bloß gehört es gibt doch so ein komisches Lebensretter Ding da ne? wie nennt sie das? äh wie muss das Lebensretter Ding sagen? warte das war heißt es gibt 2 einmal ist es mit Thion aus Stundenklasse nicht für mich 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 oder was nicht warum kommt das dann? Schutzengel oder was? ja Schutzengel einmal Stundenklasse Schutzengel beides rettet Leben ja dann finde ich Rassil oder wie auch mhm 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 i mhm 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 Mh Ich hab' bemerkt, what the fuck war los? Ich war grad total Brainer-Abkommen Ja, ich bin auch Brainer-Abkommen Ich war's da jetzt nicht alleine Oh man, was ist da los mit mir? Wenn du drinnen und bleib' stehen, denk' dir, warum kann ich grad meine... Ich muss keine Spells aktivieren... Oh, ich bin ja tot So wird der Mensch, das ist so ein Wahnsinn Aber es kommt doch, es kommt Ja, geil Fürth hat in der Gerache runter, aber wir werden das Ding noch packen Ja, das ist die Lohlef Das ist so... heiß Ahem Ich weiß, egal jetzt, fang Gut Warte Wie kann ich zurück? Ich weiß nicht, auch nicht Ja, da machst du hier, ist ja Ja, aber hey, du hast den Kill abgestaubt, ist doch gut Zwei Ist doch wirklich sehr gut, dann Geh rauf Ach, bitte Komm, 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 komm Ja, bin dumm Na, ich hab' ihr den Zwei'n gepiebelt, ihr habt? Ja Meine Flaschen, ja, erf' mich Äh, ja Ich glaub' die einste Möglichkeit, die einste zu holen ist, glaub' ich Die sterben, oder? Chillen Das ist das Einzige, was man braucht Chillen, ein bisschen chillen Deine, äh, der Waste, die Wult, indem er, du kannst es von A nach B teleportieren. Ja. Dass die dann auch ein bisschen, dann, wenn wir in Gefahr sind oder irgendwie so, oder wenn wir in Gefahr sind, jo. Ja, ich weiß, man Waste, aber ich denke, wenn ich die Waste, ist das gar nicht so schlimm. Wir haben hier zwei Bots. Ja, den wollte ich grad fixieren, aber... Warte. Go, Raze, hold on, hold on. Oder doch nicht, Laze, da schaffst du nicht, da links zu flottieren, da fehlt es die Gold. Kinderüberraschung. Was war schon los? Hold on. Weg mit dem. Hey, was? Lord. Der kann sich führen, ja. Komm. Komm, wir holen uns das kleine Ding da hinten. Das ist so schön, etwa. Ja, ist es. Ich bin gleich wieder da. Okay, viel Spaß. Danke. Lass mal einfach auf den Tower gehen. Ja, das machen wir gleich. Dann krieg ich jetzt nicht an. Ich kann hier. Übrigens. Ich weiß gar nicht, ob ich auf den Tower. Ich bin weg. Nee, besser. Ja. Okay, ich bin dann komplett. Ulti aktiviert, hat nichts gebracht, schade. Okay. Hier ist der süß. Ja, ich kann dir nichts abstellen. Ja, ich find's süß. Ich find's so süß. Ja, ich hoffe, das stört nicht. Nee. Also mich stört er nicht. Du kannst nicht auf der Tower. Ja. Du kannst nicht auf der Tower. Ja. Äh, Rysel ist der süß. Ja. Ja. Aber ich hab's weg versucht. Absolut, mich zu deffen. Ich hab's weg mit zu deffen. Zu deffen. Hey, was? Find mir den Platz. Ich sollte echt nochmal die Kuh aufreden hier. Naja. Vielleicht können wir doch was reißen hier. Wer weiß. Ja, können wir auch. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen besser zusammen uns spielen, dann können wir das sicher noch reißen. Ja, wir sollten auch ein bisschen mehr Kommunikation hier weißen lassen, heh. Oh, dann muss ich ehrlich sein. Mich haben schon immer Kinder genervt. Mann, das ist klar. Was ist los mit dir, Monster? Du hast doch immer Kinder. Du kannst nicht Kinder haben, das kannst du vergessen. Du vergisst nur eins, du warst doch mein Kind. Und deine Eltern haben genau das selber gesagt. Ja. Ah, jamboy, ey. Ah, den machen. Ich bin wieder geplatzt. Ja. What the fuck? Was ist... Die gehen ja alle aufs Wein. Was ist los, Mann? Ne, ich denke das war's. Das kann man vergessen. Also, ich verabschiede mich schon mal für die Runde. Und sage viel Spaß euch noch. Nein.